Die Kundschafter in Kanaan, Teil 14 der Geschichte von Mose Gott hatte sein Volk Israel aus Ägypten befreit und Mose führte sie durch die Wüste in das Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Sie waren kurz vor dem versprochenen Land und schickten zwölf Männer in das Land, um es auszukundschaften. 40 Tage lang durchstreiften die Männer das Land und schauten sich die Menschen, die dort wohnten, an. Dann kamen sie zurück und berichteten. Das Land ist wunderschön. Dort wachsen die besten Früchte, die ihr euch vorstellen könnt. Und es gibt mehr als genug für jeden. Allerdings gibt es dort auch riesige Menschen, die viel zu stark sind, als dass wir sie besiegen könnten. Nur zwei der zwölf Kundschafter widersprachen. Mit Gottes Hilfe können wir das Land einnehmen. Als sie das hörten, sagten die Israeliten voller Angst zu Mose. Wir wollen nicht in dieses Land. Die Menschen dort sind viel zu stark und sie werden uns alle umbringen. Wir haben keine Chance, sie zu besiegen. Mose wurde wütend. Warum vertraut ihr Gott immer noch nicht, nach allem, was er für euch getan hat? Dann redete er mit Gott und verkündete den Israeliten, was dieser entschieden hat. Weil ihr mir immer noch nicht vertraut, werde ich euch jetzt noch nicht in dieses Land lassen. 40 Tage waren die Kundschafter unterwegs. 40 Jahre werdet ihr noch durch die Wüste laufen müssen, bevor ich euch das versprochene Land gebe. Keiner, der älter ist als 20, wird das Land je betreten, außer die Kundschafter, die mir vertraut haben. Nein, ich werde erst eure Kinder in das Land lassen. So mussten die Israeliten noch 40 Jahre länger durch die Wüste reisen.